Ja und ich muss Ihnen mal was sagen, ich habe jetzt zum ersten Mal ein Chinchilla auf dem Schoß. Ein schneeweißes kleines Chinchilla-Männchen hier aus dem Dresdner Tierheim sucht ein neues, ein artgerechtes Zuhause. Chinchillas brauchen viel Platz, er wird nur zu einem Partner vermittelt, also entweder zu einem Männchen noch mit dazu, ist ein kleiner Junge, oder er wird hier kastriert und dann kann er auch zu einem Weibchen gehen. Er hat ein kleines Problem mit den Augen, das heißt er muss zweimal am Tag Augentropfen bekommen, aber ansonsten ist er ganz zauberhaft, sind keine Tiere für kleine Kinder, sind eher so zum Beobachten und fühlen sich genauso plüschig an, wie sie aussehen. Also wirklich wie so Steifknopf im Ohr. Ein kleiner weißer Chinchilla-Mann wartet im Dresdner Tierheim auf eine neue Familie.